du solltest nicht hier hochkommen ich will den fangen irgendwie will ich den fangen ich frage jetzt nur wie ich wollte mal was essen sein also so nicht nie dass das war es gar nicht frage ist kann ich den auch mit der besten kugel nicht fangen vielleicht und habe ich noch 37 39 feile ich hau den soweit runter wie es geht da steht ziemlich gut und dann guck mal ja 102 halt nur weil leben hat er noch das nicht sehen 19 prozent das muss reichen bitte ich habe das marmorrest und was kann der nein um gottes willen nicht die teuren was kann er ne palpedia warte 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 hier palpedia wo ist er ganz unten oder frischt mir wahrscheinlich die haare vom kopf da was macht er holz fällen level 2 aussaat level 2 und bergbau level 2 ok möglich gebäude naja das bräuchte er nicht ja ist aber toll weil ich den mitnehmen unserer unserer ist ach so ich muss ja da unser ist level wo sein wo sein gerade portieren nach haldex ins bums order von niedrig nach hoch okay dann müsste der hinten sein da ist level 34 wie viel leben hat er 3633 leben frisst halt viele ohne witz damit bin ich nun da raus gibt es da ein sattel für das wäre ideal oder wer kann raus 29 29 29 34 ich mach mal den dicken pinguine raus dann gucken wir mal geht es hier bei technologien jetzt weiter war noch mal ganz runter ist doch marmores zattel den mache ich mir den mache ich mir so lange ich nicht fliegen kann ist glaube ich dass das beste was geht so da 100 holz und hier noch ja gut also noch ein bisschen holz und noch ein bisschen pallium pallium bekomme ich da hinten das ist nicht das thema wollte ich eigentlich gar nicht machen ich wollte oben die er kommt sagt mir die das ist ihr waffenbruch das sollte ich wirklich mal reparieren man ob der bestimmt schon hundert mal in die kommentare geschrieben rep station aber da sind meine metall waren wieder weg nach mann alles reparieren so natürlich ok was macht er jetzt baut stein ab ok das ist ja in ordnung ach so geht das auch schon viel schneller ok da ok die richtung warte ich mach dir gleich einen sattel dann wird es hier richtig geil hoffe ich square dance oder was war das jetzt von ihm ok und kann ich ihn ja nicht mehr damit manfred money damit money ja kann das viel besser als ich nehmen wir noch das eisen mit und ist hier drin wie gesperrt ist es törer warum hat er denn wenn das ring die er anhat ich war es nicht so wie sieht es hier aus metall waren metall waren ok die habe ich holz war glaube ich hier drin ja schwache medizin die habe ich jetzt auch mal da rein so warum hab ich denn fleisch von dem gekriegt warte mal hier sind 223 von 200 so spiegeleier sind da pack die hier hin so ok eisenbarren kommen hier drin eigentlich ja 67 medizin medizin warum habe ich die medizin da rein sowohl dann nehme ich die medizin hier raus und pack sie hier drin das muss ich denen geben das machen die nicht automatisch das muss jetzt die andere medizin hin ich hatte nur noch pillen warte ab ich mach die mal nach unten wo ist jemand verletzt von euch knochenbruch knochenbruch der ist schon wieder verletzt knochenbruch knochenbruch also brauche ich das wo ist er hin der war eben schon mal verletzt ne als ich offline hier ein bisschen rumgedödelt habe da war der verletzt ohne witz gut dann da nimm das geht's noch geht's noch hä was ist denn hier los muss ich den angucken oder was hallo hier da das ging doch eben das ging doch eben hä warum nicht ich verstehe es nicht aber dann kommst du halt in die kiste so dumm zum zum fassbar hier habe ich noch so ein mhm ja da ne ne oder warte der ist das mit knochenbruch ja genau jetzt ersetze ich dich so pech gehabt weißt er hat jetzt immer noch ein knochenbruch dann ist es so wie es ist dann hast du pech gehabt so ja hier ist alles durch warte mal hier wie viel holz liegen hier noch 536 erkennt er mal bitte aufhören ähm macht irgendetwas anderes holz haben wir genug ihr könnt doch bestimmt was anderes ok wird einsortiert ok ja das tut mir jetzt leid aber geht nicht anders können wir jetzt endlich 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 das ding bauen 100 metallbarn aha so hier sind drinne 8 das ist ja richtig gut hier 31 warte ok noch 33 holz das doch bestimmt hier liegt ja 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 es waren 15 ich will das hier nicht alles aufnehmen ach man ein holz komm jetzt ein holz ja so sollte gehen lass mich das ding da vorbauen nein ach man so ein anderes objekt ist im weg das ist schon klar so dann würde ich das warte mal das habe ich so rum gebaut ne so dahin ja das ist ein bisschen versetzt ja was solls dann ist es so wie es ist ok ok was kann ich hier bauen ähm pfeile brauche ich noch holz und stein ja mach mal maximal ja gut fünf stück das schild muss ich ja bauen ok das ding ist jetzt natürlich falsch rum aber ist egal äh das schild wollte ich bauen das mache ich hier ne in der werkbank oder war es in der werkbank oder was hier das schild das neue äh das da mega schild Produktion beginnen das mache ich noch dann haben wir ein mega schild und das finde ich richtig toll hilft hier jemand ne ne ihr faulenzer was mache ich mit dem anderen schild hm das weiß ich noch nicht so der hält da vorne wache das gut so mega schild ist es jetzt drin mega schild ja mega schild und mega kleiter jetzt mehr leben mehr schild 260 schild sehr gut und unser marmorist ist richtig toll da steht er und macht irgendwie äh keine ahnung pflanzensymbole ok wir brauchen den sattel für den das machen wir nächstes mal bis dahin sag ich vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal warte ihr habt euch gut und tschüss suche rays